Guten Abend, da bin ich wieder. Ich mette mich zurück aus Farqua3. Ja, ihr seht schon, ich habe meinen Snapper wieder dabei. Die habe ich mir eben im Shop geholt. Und ja, ich habe jetzt... Eigentlich wollte ich ja hauptlich schon weitermachen, aber... Ja, hier liegen halt einfach so viele Camps, halt so die Piratenlager auf dem Weg. Da habe ich mir gedacht, ja... So eins noch überfallen oder zwei oder drei oder so. Hätte ich jetzt schon irgendwie Lust drauf, deswegen schleiche ich mich hier schon langsam ran. Da hinten sind zwei. Da ist das Funkding. Oh, Snapper, Snapper, alles klar. Gut. Und ja, ich habe eine Schrotflinte dabei. Und mein Sturmgewehr. Stinkt nochmal. Oh, ich habe das falsche dabei. Egal. Muss ich nachher nochmal gucken. Kann ich von hier gut snappen. Bin ich auch noch nicht relativ hoch. Liegen aber auch nicht wirklich auf dem Berg. Vielleicht von hier. So. Von hier sieht es auch gut aus. Sind da zwei oben? Da sind zwei oben. Alle ein bisschen gekifft. Oh. Hm. Hm. Nein, die gehen da alle runter und wechseln sich ab. Hm. Alles ein bisschen... ...un... ...nünftig. Alles klar, der erste Stun. Zweites Downer. Ja, der dritte Arnd noch nichts von seinem Glück. Oh mein Gott. Nein. Scheiße. Nein, 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 nein. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh, 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 oh. Wie konnte ich ihn verlieren? Den Drecksack! Komm aus deinem Loch, Lutger. Ach du Stabu! Ach du Stabu! Sie ist das Urheber! Überhaupt nicht getroffen? Wenn wir den verdammten Päten... Schild. Alles ein bisschen blöd gelaufen hier gerade. Ja. Ich knall euch ab wie ihr, mein Freund. alles klar los komm her lad mal nach ha 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 unentdeckt geblieben und souverän ausgeführt 1500 xp genau das wollte ich machen das ist doch perfekt gelaufen können wir uns nämlich gleich wieder einen fähigkeitspunkt holen das ziemlich praktisch aber aus der hälfte schießt ich eigentlich eh nicht mehrere takedowns hintereinander ja kann man machen ja geduckt schneller laufen ist bestimmt ganz angebracht schnell laufen denn dann warte mal naja ist okay kann man machen soll ich mir noch mit ganze 10 dollar hahaha nicht so viel eine benutze nadel sagt er hier nettes dabei alter was ist das für ein hat sie keine raketenwerfer dabei das habe ich denn jetzt eingetauscht ja das war meine snapper danke hast du hier merkwürdig das ganze hier gerade eine leder prüftasche wir bekommen dahinten besuch kein guter schütze war ähm was geht da gerade ab tschüss meine güte die können echt gar nichts wenn ich nicht da wäre was wird die eigentlich machen so dann gehen wir hier aber erstmal in das häuschen rein gucken was uns wieder für eine speicherkarte hinterlegt hat und alles dann können wir hier uns auch wieder ein bisschen aufrüsten da ist ich nebenbei erst mal eine brezeln sehr lecker auch eine memory card und hier rüsten wir uns erstmal wieder auf vor allem mit meiner mit meinem schwunggewehr beim guten welches hatte ich immer dabei ich glaube ich habe immer das hier dabei wenn ich das vergleiche mit dem ja eine schiffsfrequenz nicht so gut das ist das ist besser ja ich glaube ich hole mir das weil die genuss schuss wirken es hier nicht so gut ist würde ich mir lieber das das passt das noch ein bisschen an schalldämpfer da drauf auf jeden fall ein schalldämpfer und dabei geht das magazin das ist wohl so ein ist hier eigentlich auch gar nicht mal so schlecht wäre aber wir werden sehen werden sehen also ein sturmgewehr mit mit schalldämpfer weiß ich gar nicht brauche ich eigentlich nicht so ach kann man aber gut mitziehen eigentlich naja so einigermaßen es wird schon gehen hier lag noch eine truhe ich glaube die ist da drin wo oder ich weiß nicht hier gucken wir nochmal rein aha ja genau da ist die kiste munition nochmal aufhüllen sehr gut was würde ich nur ohne die sniper machen so was können wir in dieser folge denn noch alles machen bisschen gleiter fliegen yo könnten wir machen hm prüfung der rack nicht bedingt ja fahren wir dann mal dahin wenn wir es noch schaffen in dieser folge erstmal wo waren die autos wir haben vielleicht auch ganz viele autos hingestellt so steigen wir mal ein ja ich weiß ladala so ein bisschen hier durchschlängeln hui war extra ein bisschen langsamer mit hier vielleicht unterwegs was finden was spannend ist vielleicht hat sich dann einfach mal so spontan alter alles steht einfach am besten sind eigentlich immer die lager wo ein berg aus und ich werde das spiel sie selber mal ruhig ich empfehle auf jeden fall sich ein scharfsschissengewehr mitzunehmen aber das beste was man hier machen kann muss ich hier weiter ich denke mal schon ja das wird so richtig sein wow was fuck ich denn das hier sind oh da oben ja genau das blende vor kann ich denn da hoch oh wollte doch sagen das wird schwierig aber sieht ja relativ einfach aus ähm hallo setzt du ja nicht hoch ah doch wollte doch sagen hui dann klettern wir erstmal Pallian ruhig geht die noch weiter ja da geht die noch weiter alles klar ist ja immer noch ganz sind sie da ganz unten So kann ich dein Name. Naja, bilden uns nicht erstmal den Weg. Ja. Nein, sie haben mich nicht gehört. Auf keinen Fall. Oh mein Gott. Schlecht. Ich könnte eigentlich auch radikal vorgehen. Hm. Das ist hier die Frage. Ich muss die Lage noch ein bisschen Auskunft schaffen. Oh, 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 oh. Oh nein, keine Hunde. Ich hasse Hunde. Oh, Hund und Kodil. Das patze ich gerne. Oh mein Gott. Es wird kein Zuckerschlecken hier auf jeden Fall. Das Krokodil hat aber, glaube ich, die Hunde fertig gemacht. Danke sehr, Krokodil. Alter. Wenn das Krokodil jetzt hier die Leute da drin fertig macht. Ich würde lachen. Okay, das ist ziemlich nice. Oh, danke Kumpel. Alter, ich habe gar nichts gemacht. Boah, das muss man auch erst mal schaffen. Boah, Alter. Das ist so ein... Keiner darf uns den Außenposten wegnehmen. Gekonnt, sag ich da. Das war gekonnt. Das war natürlich alles geplant. Nein, ich will das ja nicht einfach so schaffen. Also nein. Das war alles geplant. Natürlich nicht. Alter, wie cool. Läuft das Krokodil einfach mal rein. Und tragt die weg. Praktisch. Praktisch. Und mit diesem... doch unerwarteten Ende... verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Fallqual-Folge. Schreibt wie immer in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat. Ob euch das Spiel gefällt, ob euch das Spiel nicht gefällt. Ja, wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich ein Like da lassen. Ansonsten halt ein Dislike. Obwohl das halt nicht so nett wäre. Aber wenn ihr auch schon Dislike misst, bis dann sagt auch wieso, weshalb, warum. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.